Es ist da das Rot. Doch die Frage ist hierbei natürlich, wie ich damit am besten umgehen kann und auf der anderen Seite, wie ich aus meinen Fehlern aus der Vergangenheit lernen kann. Deswegen möchte ich mit dir hier gemeinsam einmal über das Thema Mindset am Kryptowährungsmarkt sprechen. Am Ende des Videos möchte ich dir ein kurzes IGO-Thema vorstellen, das auf Cedify gelauncht wird. Und alle weiteren Informationen dazu findest du am Ende des Videos. Bevor wir mit dem Video starten, lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und schreib einen Kommentar. Das würde mir und dem Video extrem helfen. Wir starten direkt rein. Wie du es sicherlich mitbekommen hast, ist in den letzten Tagen alles auf die Farbe Rot gesprungen. Rot ist in der Regel eben etwas Negatives. Ich glaube, das wisst ihr alle, denn die Preise rauschen kontinuierlich ab. Das ist natürlich jetzt auch nicht die größte Korrektur, die wir jemals gesehen haben. Und aus meiner Sicht auch nichts, was dazu veranlassen würde, irgendwie in eine Panik zu verfallen oder ähnliches. Und da eben auch viele neue Investoren in den Markt gekommen sind, möchte ich über ein paar Punkte sprechen, die mir wichtig sind, wenn es darum geht, die aktuelle Situation zu bewerten. Da geht es aber vor allem um das Thema Mindset. Denn häufig sind emotionale Treiber die Treiber, die uns dazu veranlassen, irrationale Entscheidungen zu treffen. Was das bedeutet und so weiter, darüber spreche ich jetzt gleich mit dir. Du wirst wahrscheinlich genauso wie ich auch fast täglich deine Charts checken oder allgemein die Charts checken. Du wirst wahrscheinlich auch dein Portfolio dagegen halten und gucken, was ist jetzt eigentlich so passiert. Und wenn du dann auf einmal siehst, dass zum Beispiel deine Solana-Position um 4,61% gefallen ist oder deine ETH-Position um 4,55% oder vielleicht sogar in den letzten 30 Tagen um 33%, dann kann sich schnell mal Panik breit machen. Eine der ersten Sachen, die ich empfehlen würde, wäre einmal den Chart aufzumachen und sich mal die Historie anzusehen. Sicherlich ist die Historie nicht auf die Gegenwart und Zukunft anzuwenden, aber es hilft häufig schon darüber nachzudenken, was wir eigentlich schon für eine Entwicklung hingelegt haben. Wenn wir uns den Bitcoin jetzt zum Beispiel angucken, dann wissen wir, und das weiß normalerweise jeder und das ist eher auch so eine Sache, die man sich einfach nur vor Augen führen kann, dass der Bitcoin sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt hat. Wir wissen, dass es in der Vergangenheit schon die ein oder andere Korrektur gab. Auch hier gab es irrationale, emotionale Entscheidungen, die getroffen worden sind und trotzdem konnte sich der Markt kontinuierlich wieder aufbauen. Auch das hilft uns sicherlich zu verstehen, dass der Bitcoin, zum Beispiel genauso wie die meisten anderen Kryptowährungen, die ein Problem lösen zum Beispiel, noch am Anfang stehen. Natürlich haben wir schon einiges an Weg hinter uns, aber wir sind noch meilenweit von einer Massenadoption entfernt und deswegen ist es eben auch so wichtig, sich ab und zu mal bewusst zu machen, was wir für einen Weg schon hinter uns haben und damit eben auch Rückschlüsse darauf zu ziehen, was wir dann eigentlich noch vor uns haben. Und wenn ich von vor uns spreche, dann geht es eben um eine Massenadoption, um eine tatsächliche Nutzbarkeit, egal von welchem Asset, in Zukunft in der gesamten breiten Masse und in der Gesellschaft. Und davon sind wir wirklich noch ewig weit entfernt. Was mir außerdem dabei hilft, wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, vielleicht meine Bestände zu verkaufen, weil ich jetzt im Minus bin, ist eben über die initiale Entscheidung nachzudenken. Warum habe ich eigentlich in den Bitcoin oder in irgendeine andere Kryptowährung investiert? Was war eigentlich die initiale Entscheidung? Und wenn ich mir da nicht mehr im Klaren darüber bin, dann sollte ich mir sowieso die Frage stellen, warum ich überhaupt investiere. Klar, die Antwort könnte auch schnelles Geld sein, aber dann ist man beim normalen Einkaufen und eben Halten, also beim Hoddeln eben nicht in der richtigen Kategorie unterwegs, weil du dich ja dann schon emotional wieder leiten lässt. Wenn du schnelles Geld machen möchtest, dann kannst du zum Beispiel Sportwetten abschließen. Da hast du auch einen schönen Gambling-Faktor mit drin. Denn du kannst natürlich auch anfangen, aktiv mit einem Hebel zu traden. Davon würde ich jedem abraten, der davon gar keine Ahnung hat. Und auch da sollte man niemals mit echtem Geld reingehen, außer man ist halt wirklich Profi und weiß perfekt, welche Situationen man eben da jetzt eingeht, wie die Risiken sind und was da letztendlich auch passieren kann. Denn am Ende ist es nun mal so, dass die Unerfahrenen ihr Geld verlieren und die, die absolute Profis sind, das Geld einkassieren. So ist es nun mal. Und deswegen, ja, wenn man die initiale Entscheidung wiedergefunden hat in seinem Kopf und die wieder verankert hat und man sich bewusst gemacht hat, okay, ich glaube an den Bitcoin, weil es eben dezentral ist, weil es eben keine Entität zum Beispiel gibt, die auf den Bitcoin Einfluss nehmen kann und so weiter, dann kann ich vielleicht auch etwas ruhiger wieder auf diese Marktsituation gucken, weil ich ja davon ausgehe und daran glaube, dass der Bitcoin zum Beispiel eben in Zukunft die Währung der Welt sein wird als Beispiel oder der Wertspeicher der Welt. Es spielt ja dabei gar keine Rolle, welche Ansicht man dabei dann vertritt. Es geht einfach nur darum, sich letztendlich zurückzudenken. Ich nenne hier nur einige Beispiele. Dann kann man in dem Fall natürlich auch darüber nachdenken, ob man tatsächlich immer noch an die Dinge glaubt. Also nicht nur die initiale Entscheidung, warum habe ich eigentlich investiert, sondern auch nochmal darüber nachdenken, glaube ich weiterhin an die Vision, glaube ich an die Idee von Satoshi Nakamoto, glaube ich an die Idee von Vitalik Buterin, glaube ich an die Idee von Charles Hoskinson und haben die Entwicklungsschritte aus der Vergangenheit sich bewahrheitet, die Dinge, die announced worden sind? Wurde die Entwicklung wirklich angestoßen oder eben nicht? All diese ganzen Dinge kann ich hierbei ebenfalls nochmal überprüfen. Und dann gibt es natürlich bei Korrekturen immer noch richtig spannende Themen, wie zum Beispiel der Faktencheck. Faktencheck. Was ist jetzt eigentlich gerade passiert? Warum ist der Bitcoin gefallen? Warum ist ETH gefallen? Warum sind alle anderen Kryptowährungen auch gefallen? Gibt es hier irgendwie Abhängigkeiten voneinander? Gibt es hier ein globales Event, das sich ausgewirkt hat? Gibt es hier irgendwelche Manipulationen? Da kann man natürlich auch schön die Fundamentaldaten checken. Es gibt super viele Analyseplattformen, die man sich ansehen kann. Zum Beispiel kann ich mir angucken, wie viele Bestände liquidiert worden sind. Auch das hat natürlich Auswirkungen auf den Markt. Ich kann mir angucken, wie zum Beispiel die Reserven auf einer Exchange aussehen, wie viel Kapital dort noch rumliegt. Ich kann mir alle möglichen Indikatoren angucken, um zu sehen, was eigentlich jetzt hier ein Auslöser sein kann. Du kannst dir natürlich am Ende dann auch ein Video angucken von einem YouTuber deiner Wahl, der sich mit der Thematik auch beschäftigt. Denn in dem Moment, wo etwas passiert, wirst du auch innerhalb kurzer Zeit Informationen von deinem Lieblings-YouTuber bekommen, der sich eben mit dieser Thematik beschäftigt. Ob ich das am Ende bin, ob es dann ein Robin HD ist, ob es ein Crypto Gang, Monitendave, ein Hoss oder ein Blog Trainer ist, das spielt am Ende keine Rolle. Denn wir setzen uns alle aktiv jeden Tag mit dem Thema auseinander und versuchen hier die bestmöglichen Informationen zusammenzutragen, sodass du quasi, nachdem du diese Informationen von uns bekommen hast, dann nochmal weiter in die Recherche gehen kannst. Du hast dann aber schon mal eine Basis, mit der du eben einsteigen kannst. Da ist natürlich also wie gesagt auch die Frage, was hat sich also verändert? Was ist jetzt gerade passiert? Und vor allem, wie sehen die Fundamentaldaten, wie gesagt, aus? Da wiederhole ich mich. Da gibt es zum Beispiel neben der Seite Coinglass eben auch CryptoQuant. Es gibt zum Beispiel auch Blockchain.com und man kann sich hier die Charts angucken. Auch hier zum Beispiel sehen wir, wenn wir uns einfach mal auf einen Wert rund um die Fundamentaldaten eben uns hiermit jetzt beschäftigen, Total Hashrate, da sehen wir zum Beispiel gerade, dass wir ein absolutes All-Time-High erreicht haben, was wir noch nie in dieser Form erreicht haben. Also gibt es immer mehr Miner, die am Kryptowährungsmarkt oder am Bitcoin partizipieren und eben auch Mining-Hardware aufstellen. Die Hashrate, die steigt kontinuierlich und damit eben auch die Difficulty. Und das zeigt natürlich, wie unglaublich aktiv hier gerade eigentlich aktiv gearbeitet wird. Also ist vielleicht sogar dieser Crash-Theme hier gerade sehen eher irrational und macht gar nicht so viel Sinn. Naja, diese Dinge sollte man eben einmal prüfen. Und dann gibt es natürlich einen der größten Faktoren, Emotionalität. Wie gehe ich eigentlich jetzt damit um? Ja, lasse ich mich von meinen Emotionen leiten. Wenn du das Gefühl hast, jetzt unbedingt verkaufen zu müssen, dann macht es vielleicht Sinn, sich vom Rechner, vom Handy und so weiter zu entfernen und erst mal 15 Minuten, 20 Minuten spazieren zu gehen. Man sollte sich dann eben die Punkte, die ich davor genannt habe, nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also zum Beispiel die Daten aus der Vergangenheit angucken, nachdem ich zurückgekommen bin. Meine initiale Entscheidung nochmal überprüfen. Den Glauben überprüfen und natürlich auch die Fakten überprüfen. Und macht dann tatsächlich dieses Gefühl, was ich gerade verspüre, meine Bestände rot abzuverkaufen, eben noch Sinn? Ich glaube nicht. Ich glaube, in dem Moment, wo du diese ganzen Punkte nochmal durcharbeitest, wirst du schnell auf den Punkt kommen, dass das überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Und dann sollte man eben auch, aus meiner Sicht jedenfalls, die Perspektive verändern. Die meisten sehen jetzt rot und sagen, okay, das sieht extrem negativ aus. Oh mein Gott, jetzt geht alles den Bach herunter. Es wurde schon über 400 Mal prognostiziert, dass der Bitcoin tot ist. Doch heute sind wir immer noch bei ungefähr 40.000 US-Dollar. Sicherlich könnte dein Portfolio nun rot sein. Das ist natürlich nicht schön. Doch die Frage ist auf der anderen Seite, wenn ich jetzt meine Perspektive verändere, kann ich vielleicht daraus sogar Nutzen irgendwie schlagen? Kann ich vielleicht sogar jetzt günstiger einkaufen? Ja, wahrscheinlich schon, denn ich persönlich gehe zum Beispiel davon aus, dass wir durchaus in der Lage dazu sind, in Zukunft das alte All-Time-High einer Kryptowährung wieder zu überwinden. Das ist sicherlich abhängig von vielen verschiedenen Faktoren, aber auch hier können wir wieder die alten Punkte aufnehmen, uns nochmal diese ganzen Gedanken machen und dann entscheiden, macht es vielleicht sogar doch Sinn, jetzt wieder eins zu kaufen, anstatt mich jetzt irgendwie mit meiner negativen Energie und meinen negativen Emotionen, die mich vielleicht dazu verleiten und meine Bestände abzuverkaufen, nun leiten zu lassen. Ich glaube, das macht auch meistens keinen Sinn, spätestens dann, wenn man sich halt wirklich aktiv nochmal mit diesen Fragen beschäftigt. Und außerdem gibt es natürlich noch einen weiteren großen Treiber, und zwar sind das bekannte Freunde, Familie, die eben negativ auf einen eben einquatschen. Das kenne ich selber bis zu einem gewissen Grad, wobei ich mich aber von den meisten, die eben so Einfluss nehmen, getrennt habe aus der Vergangenheit. Denn das ist am Ende etwas, was sich negativ auswirken wird. Wenn dir jemand permanent sagt, dass das, was du da gerade dir überlegt hast, wo du mega viel Recherche reingesteckt hast und so weiter, wenn dir da jemand Unbedarftes einfach erzählt, nein, das macht gar keinen Sinn, verliere mal dein Geld jetzt hier nicht, investiere das mal bitte in irgendwelche sicheren Sachen, ja, leg das am besten auf die Bank, weil dann kann dir das auch keiner nehmen und so weiter, dann sind das eben Dinge, die dich vielleicht nicht umstimmen, aber sie bringen dich zum Grübeln. Und dieses Grübeln kann dich quasi auch wieder dazu verleiten, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die sich eben negativ auf dich auswirken werden. Du wirst dir schon Gedanken gemacht haben, warum du in den Bitcoin investierst. Du wirst dir Gedanken gemacht haben, warum du in einen Altcoin investiert hast. Du wirst den Glauben gecheckt haben, du wirst die Fakten gecheckt haben, du wirst also initial eine Entscheidung getroffen haben. Und dann lass dich doch nicht von den Leuten leiten und manipulieren, die vielleicht gar keine Ahnung davon haben. Vielleicht meinen sie es ja gut, das mag ja sein, aber dann wäre es vielleicht doch die beste Taktik, mit diesen Menschen über diese Themen nicht mehr zu sprechen, sie nicht mehr zu informieren und vielleicht doch erst wieder mit ihnen darüber zu sprechen, wenn der Erfolg dann da ist. Es geht auch nicht darum, sich über diese Menschen zu stellen, sondern dieses Mindset, das kann eben vergiftet werden durch Freunde und so weiter, die einen eben immer herunterziehen und immer darüber mit einem sprechen, dass diese Dinge eben nicht funktionieren werden, die man sich überlegt hat. Deswegen macht es total viel Sinn, auch darüber nochmal nachzudenken, mit wem spreche ich eigentlich darüber. So haben wir da das gleiche Mindset. Gibt es kritische Diskussionen, die auch total angebracht sind oder kriege ich, wie gesagt, permanent negative Dinge reingedrückt, dass die Investitionen, die ich getätigt habe, keinen Sinn ergeben, dass alles crashen wird und dass du all dein Geld verlieren wirst. Dann sind das wahrscheinlich nicht die richtigen Freunde, um über dieses Thema Finanzen zu sprechen. Das sind einige Punkte, die ich dir jetzt nennen wollte, um einfach mal das Thema Mindset am Kryptowährungsmarkt aufzufassen. Das sind alles meine Punkte, das sind alles meine Dinge, die ich in der Vergangenheit lernen konnte. Ich bin seit 2017 am Markt aktiv, konnte also sehr viel miterleben, sowohl die schönen Seiten als auch die eher weniger schönen Seiten. Wir haben seit 2018 oder beziehungsweise ab 2018 hier unglaublich viel Seitwärtsbewegungen gesehen, wo es kaum Informationen gab oder sich wenig verändert hat und auch diese Situation mal durchzuleben, die hat mir extrem geholfen, selber auch mit meinen Emotionen klarzukommen. Denn am Anfang, gerade als es diese Blasenbildung hier 2017 gab, habe ich ebenfalls damit zu kämpfen gehabt und das Ganze wollte ich einfach mal an dich weitergeben. Hast du vielleicht noch weitere Punkte, die dir einfallen, die den anderen eben auch helfen könnten, die richtigen Gedanken zu behalten, das richtige Mindset zu behalten, um erfolgreich am Kryptowährungsmarkt zu sein? Dann schreib sie gerne unten in die Kommentare, um hier quasi einen riesigen Pool an verschiedenen Ideen zusammenzubekommen. Nachdem wir in den letzten Tagen das ein oder andere Mal über IGO-Möglichkeiten gesprochen haben, möchte ich euch heute ein weiteres Projekt vorstellen und zwar nennt sich das Toyoverse. Das Ganze wird ebenfalls auf CDFI gelauncht und auch hier kannst du wieder dran partizipieren. In dem Fall handelt es sich um Toyo, um ein Play-to-earn-Strategic PvP und PvE-Blockchain-Fighting-Game, an dem du partizipieren kannst. Es gibt dazu natürlich mittlerweile auch eine Webseite, die absolut überzeichnet ist. Viele Farben, viele Charaktere, die dann in Zukunft zusammengebaut werden können. Wenn du dich fragst, was bedeutet denn zusammengebaut? Das Ganze ist nämlich so aufgebaut, dass du hier quasi NFTs hast. Du hast quasi zehn verschiedene NFTs, die du miteinander verbindest, das heißt die Füße, die Arme und den ganzen Kram, um dann letztendlich einen Toyo zu bekommen. Und mit diesem Toyo kannst du dann anfangen, aktiv zu kämpfen in der Blockchain-Welt beziehungsweise in der Metaverse-Welt und damit eben auf der anderen Seite eben auch automatisch durch diese Play-to-earn-Funktionen, also auch deine Token generieren und bekommen, die dann einen entsprechenden Gegenwert in dem Ökosystem natürlich haben und du kannst natürlich auch diese Parts deines Toyos dann weiterverkaufen, verändern oder eben auch aufleveln. All das Ganze funktioniert. Das ist eine super spannende Geschichte. Das heißt also, klar, wir haben auf einem Punkt oder in der einen Kategorie hier das Collecten von verschiedenen Toyos. Wir können sie customisen. Das Ganze kennen wir als kosmetische Veränderungen aus anderen Spielen. Und wir können natürlich auch Stats hinzufügen, wodurch quasi unsere eigenen NFTs auch mehr Wert haben am Ende des Tages, wenn auf der anderen Seite auch die Nachfrage vorhanden ist. Die Roadmap sieht aktuell so aus, dass wir hier in Q4 2021 noch ein paar offene Punkte haben, die abgearbeitet werden. Hier sind nun noch 40% offen zum jetzigen Zeitpunkt. Und in der Stage 2 geht es dann weiter. Das heißt also, zum Beispiel kommt dann der Toyo Marketplace und natürlich noch viele weitere Themen, wie zum Beispiel die Alpha-Phase, die natürlich wegweisend ist, um zu gucken, ob Toyo wirklich bestehen kann. Denn egal, wie viele Informationen wir zu einem Projekt haben und wie klug es aufgebaut ist, wir brauchen natürlich ein funktionierendes Produkt. Und damit steht und fällt alles. Deswegen sind natürlich solche Projekte eher Risikokapital-Themen. Heißt also, wenn man wirklich spekulieren will, dann sind diese Projekte genau das Richtige. Auch in dem Medium-Artikel werden diese Themen nochmal aufgegriffen. Es wird alles erklärt, die 10 verschiedenen NFT-Parts, die zusammengebaut ein Toyo ergeben, mit dem man dann aktiv anfangen kann. Es gibt verschiedene Rarity-Tears, das heißt also Common, Uncommon, Rare und so weiter, um also die Seltenheit eines Stückkörpers quasi dann zu identifizieren. Das Ganze hat Play-to-Earn-Aspekte. Und das Gameplay ist dann quasi so, dass du in einem Battle mit verschiedenen Attacken und so weiter dann also versuchen kannst, zu gewinnen. Das Ganze funktioniert im PvP- und PvE-Modus, also quasi gegen andere Spieler und gegen andere KIs, also gegen computergesteuerte Elemente. Und so kannst du dir quasi die sogenannten Toyo-Token verdienen. Außerdem gibt es natürlich auch einen sogenannten Bond-Token. Das ist quasi die In-Game-Currency, die dann ebenfalls gedroppt wird. Insgesamt gibt es natürlich auch wieder hier einige sehr spannende Events. Das heißt also zum einen den Private Sale, der am 21. Februar stattfindet. 250.000 Dollar Allocation wird hier tatsächlich auch angeboten. In dem Fall sprechen wir von einem Private Sale-Preis von 22 US-Dollar-Cents. Der Listing-Preis wird dann bei 30 Cent liegen. Wir haben eine Initial Market Cap von 438.000 US-Dollar und insgesamt 150 Millionen Token Total Supply. Das Ganze wird übrigens auch über Polygon umgesetzt. IGO findet dann am 22. Februar statt. Hier findet eine Allocation in Höhe von 500.000 US-Dollar tatsächlich auch statt. Und wir sehen einen Preis von insgesamt 30 Cent. Man hat also quasi den Listing-Preis. 10% gibt es sofort und in den nächsten vier Monaten werden dann die restlichen Bestände ausgeworfen. Außerdem gibt es mittlerweile auch einen Teaser-Trailer, den ihr euch gerne angucken könnt. Ich verlinke euch das Ganze mal unten in der Videobeschreibung. Das ist natürlich weit weg von der eigentlichen Mechanik des Spiels. Und ich denke, hier werden wir in Zukunft noch viele weitere sehr interessante Inhalte sehen. Außerdem gibt es natürlich auch eine Twitter-Seite mit mittlerweile 15.800 verschiedenen Followern, die sich also hier Informationen organisieren. Und auch Toyo sucht natürlich neue kreative Köpfe, die das ganze Projekt mitgestalten. Außerdem hast du auch weiterhin die Chance, an einem CD-Fi-Gewinnspiel teilzunehmen. Über 10 KS-Fund werden hier rausgehauen. Und eben 5 Joint-Club-NFTs, die also ungefähr 4 ETH-Wert sind. Das Ganze siehst du auch übrigens über die Videobeschreibung und du kannst über Gleam dann hier an dem Gewinnspiel teilnehmen. Das Spannende ist, dass das natürlich nicht der einzige IGO-Drop ist, den sie initiieren. Es folgen in der Zukunft noch viele weitere spannende Projekte, auf die du dich freuen kannst. CD-Fi versucht, diese Informationen so transparent wie möglich eben darzustellen. Und deswegen solltest du CD-Fi definitiv auf Twitter mal folgen. Gut, ansonsten hoffe ich natürlich, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Außerdem kannst du natürlich auch gerne die Glocke aktivieren, um die nächsten Videos nicht zu verpassen.